In der Motorsport-Arena Oschersleben in der Börde herrscht ab sofort wieder erhöhtes Blitzrisiko. Denn es treffen sich Opelaner, also Freunde der Automarke, mit dem Blitz aus aller Welt. Schon seit dem Jahr 2000 ist die Motorsport-Arena da für die Bühne. Bis Sonntag noch werden Teile getauscht, Karossen besprochen und Opel zur Schau gestellt. In der Region Oschersleben sollten Autofahrer deswegen besonders rücksichtsvoll fahren. Aus Oschersleben, Stefan Leite, Radio SAW.